Freunde, wir kommen jetzt gerade aufs Planete Öffen und der war richtig gut. Jetzt gehen wir gleich noch den Lucy. Und ich muss schon wieder pipi. Er hat nen Katheter liegen. Ja. Hab ich kurz Zeit? Er hat nen Katheter liegen, ja, ja. Ja, Ali, wie hat der Planete Öffen gefallen? Hammer. Ich hab den jetzt schon zum zweiten Mal geguckt und... Hiss gehen wir nicht öffen. Hiss gehen wir nicht öffen. Ja, genau. Und schlechte CGI. Die meisten Affen saßen eben im Kino, also läuft. Also das ist nicht auf Sharknado-Niveau. Noch nicht, noch nicht. Nein, auf jeden Fall. Klassisches B-Movie. Ausführliche Filmkritik kriegt ihr gleich, wenn wir im Auto sind. So, wird lustig. Wird ziemlich zerrissener Film, würde ich sagen. Ja, das Auto wird auseinandergenommen. Okay, dann tschüss, peace und so, weißt du? Lucy, wir kommen. Hau rein. So, Freunde, wir sind jetzt aus dem Kino gekommen. Der Ali, der fährt da hinterher, weißt du? Da ist er ja. Da, genau. Wir machen jetzt gerne noch schön die Filmkritik beim Gerrit zu Hause. Und dann richtig schön Abrissparty. Mhm. Wir haben die Erlaubnis sogar. Er ist sehr praktisch. Also für Ersteres. Für alles. Steffi, wenn du durchs Video irgendwann siehst, ich bin betrunken. Haha, du fährst. Das ist kein... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist zu sagen. Mama sagt, du bist trotzdem was besonderes. Ja... Ist Ali noch hinter uns? Scheiße mal, das Licht aufs Alter. Ist zu hell. Ich weiß nicht, ob er hinter uns ist. Ich hoffe es. Ja. Wir zitieren jetzt einmal eben die Gollum-Synchro von den Kollegen von Lord of the Reed. Es tut so weh. Ja, okay. Wir melden uns später wieder. Ciao. Ciao.